An dieser Front, die einzige Wirklichkeit, die wir kennen, ist der Tod. Die meisten von uns haben längst vergessen, dass es da draußen eine Welt gibt. Wenn wir versuchen, uns mit Geschichten aus der Zeit vor dem Krieg aufzumuntern, können wir kaum glauben, dass diese Geschichten wahr sind. Nein, ich glaube nicht, dass es hier endet. Nicht in diesem Wald, nicht heute. Wir haben keine Furcht mehr in uns.